Hey Leute, das ist ganz Höram. Willkommen bei WTN Germany. Bekannt aus dem Tatort, Schauspieler Uwe Bohm unerwartet gestorben. Bereits als Teenager begann seine Filmkarriere. Später war Uwe Bohm in zahlreichen TV-Krimis zu sehen, zumeist als Bösewicht. Jetzt ist der Schauspieler im Alter von 60 Jahren gestorben. Der aus dem Tatort bekannte Schauspieler Uwe Bohm ist nach Angaben seiner Familie im Alter von 60 Jahren gestorben. Mit unendlicher Traurigkeit geben wir das Ableben unseres geliebten Vaters, Ehemanns, Sohns und grandiosen Schauspielers Uwe Bohm bekannt, schrieb seine Frau Ninon Bohm am Samstag in einer E-Mail. Er ist plötzlich und unerwartet verstorben. Die Familie bitte um Privatsphäre. Bohms Adoptivmutter Natalia Bovaku-Bohm bestätigte auf Anfrage, dass sie die Nachricht vom Tod ebenfalls erhalten habe. Uwe Bohm drehte auch mit Fatih Akin. Uwe Bohm, Adoptivsohn des Regisseurs Haag Bohm, wurde vor allem mit Rollen als Bösewicht in Krimis wie Tatort bekannt. Der 1962 als Uwe Enkelmann in Hamburg geborene Schauspieler begann seine Karriere als Teenager 1976 und 70 in Haagbohms Film Nordsee ist Mordsee. Später spielte er erfolgreich Theater unter anderem am Deutschen Schauspielhaus in Hamburg. Unter Regisseur Fatih Akin wirkte er auch im 2016 erschienen Film Chick mit. Hey guys, this is Gangsham. Welcome to WTN Germany. If you want to more update regarding European and Germany news, then subscribe our channel and press the bell icon. And like our video and share with your friend and family. Thank you very much for watching our video. Thank you.